Töchter Ich hab dir einen Brief geschrieben. Ich will nicht, dass du ausziehst. Aber ich zieh aus. Ehemänner Mein Mann hat mir etwas hinterlassen. Naja, es ist nicht viel, aber es reicht mir. Und Söhne Okay, Mom, wir möchten, dass du zu uns nach San Francisco ziehst. Nein, das will ich nicht. Weißt du, ich kann ein Baby momentan schlecht verkraften. Sind das Wichtigste im Leben. Hallo, mein Name ist Warren. Wir sind die Warrens. Ich bin Monica und das ist JJ. Doch neue Erfahrungen Ich, ähm, hab eine Überraschung für dich. Wie, was meinst du? Wir zwei hauen mal auf den Putz und ich zahle. Und neue Freunde Dieser super Brocken von Mann, wie er dich die ganze Zeit anstarrt. Können alles verändern. Ich war fast dran, ich ist allein gekommen. Ich kann das allein. Das weiß ich doch, Mildred. Gina Rowlands Wir beide, wir werden es uns richtig schön machen. Oscar-Preisträgerin Marisa Tomei Gut, dass ich schon was getrunken habe. Und Gérard Depardieu Ich fand es sehr nett heute Abend. Das Leben ist voller Überraschungen. Ich hab dich gern, Tante Mildred. Ich hab dich auch gern, mein Schatz. Mildred Hobbs Sie ist wie eine Mutter zu JJ. Wenn man Freunde hat. Du bist mein bester Freund. Ein Licht in meinem Herzen. Ein Film von Nick Casavetes kann ich知道 werden? Ich bin ganz ruhig davon. Ich bin ein Musik 가지ierter Wohn東西.